Ich bin die Marlene Morte. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Cannabis verboten, weil es illegal ist. Cannabis verboten, weil es illegal ist. Fick Marlene Matla, die kleine Bitch Sie will mit uns hängen, aber sie darf nicht Buße rauchen ihr Gesicht und sie geht mit Koks nur für sie, doch für das Volk leider nicht Sie raucht nur auf Ego, ganzes Ort für sie Aserwakenkammer ist sie jeden Tag am Bienen Schoko in der Nase, Emma im System Marlene ist am Trippen auf dem Dancefloat bis zum 10 Gras ist verboten, weil es illegal ist Gras ist verboten, weil es illegal ist Marlene, komm mal runter von deinem Film Ihr Körper ist ein Tempel, aber nur von vielen Pillen Sie rollt das R fast so oft wie ihre Jays Nach der Pressekonferenz wieder aufm Rave Sie geht auf die Stage, immer auf Edge Nur auf Koks sind Gedanken scharf wie Blades Labert immer Scheiße durchs Mikrofon CDU, Konsumdrugs, Union Gras ist verboten, weil es illegal ist 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 Was hat dich denn qualifiziert zur Bundesdrogenbeauftragung? Ähm, ähm, ähm... Ähm... Gute Frage, weiter Fick Malena Mordler, ey, Fick Malena Mordler